Ich glaube. Okay, wir klatschen schon mal warm, sehr gut. Ich sage das natürlich immer so zum Witz, dass ich dann aus Versehen Miss Germany geworden bin, aber es ist tatsächlich nicht etwas, was ich in meinem Leben großartig angestrebt habe. Ich bin auch ein relativ unkonventioneller Mensch und auch wenn sich dann jetzt wahrscheinlich manche am Kopf kratzen und sagen, was ist denn unkonventionell daran, an so einem Wettbewerb teilzunehmen, ist es für mich persönlich tatsächlich ein sehr unkonventioneller Move gewesen. Hot Stoff, der laue Talk. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hot Stoff, unserem monatlichen YouTube-Talk. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute Leonie zu Gast haben. Leonie von Hase, die amtierende Miss Germany hier aus Schleswig-Holstein, dann aber einen weiten Weg zurückgelegt, bis sie nach Schleswig-Holstein gekommen ist. Leonie ist nicht nur Miss Germany, sondern hat noch ganz viele andere interessante Facetten, über die wir heute mehr erfahren werden. Also herzlich willkommen, Leonie. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Du bist ja quasi die älteste, bislang gewählte Miss Germany und bist auch schon Mama, was, glaube ich, bis dato auch ein Novum war bei dieser Wahl. Aber vielleicht magst du uns überhaupt einmal umreißen, ja, wie bist du da drauf gekommen, dich als Miss Germany zu bewerben? Also als allererstes muss ich immer sagen, dass ich das Konzept die Älteste so skurril finde, denn ich fühle mich nicht alt. Ich bin ja erst 36 Jahre jung, sozusagen, was ja auch total hirnrissig ist, dass wir überhaupt in diesen Kategorien und Nummern denken. Aber gut, ich kam tatsächlich zu der Miss Germany-Wahl, weil die Miss Germany komplett ihr Konzept verändert hat. Also es ist kein Schönheitswettbewerb mehr. Es geht jetzt wirklich um innere Werte, um Haltungen, um Statements. Und es geht in erster Linie auch wirklich darum, dass Frauen sich untereinander dazu verhelfen, ihre Stärke zu finden und sich weiterzuhelfen. Und meine beste Freundin, Doreen Schumacher, wurde von der Miss Germany Corporation beziehungsweise der Werbeagentur, die das Rebranding durchgeführt hat, angeworben. Sie ist Berlinerin, ist Architektin, ist Mutter, ist eine sehr beeindruckende Frau, sagen wir mal so. Die klingt schon sehr empowert. Ja, genau. Sie ist eine ganz tolle Frau und sie hatte mir das dann nahegelegt. Ich war natürlich am Anfang etwas skeptisch, warum sie denn jetzt für Miss Germany arbeitet. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie sich mit dem Geschäftsführer Max Klemmer wirklich ausführlich über das neue Konzept unterhalten hat und wirklich das auch legitim ist und das Gefühl hat, das meint er auch wirklich ernst. Und in dem Sinne sagte sie zu mir, du hast ja einen Online-Shop, ich verkaufe Vintage-Klamotten online. Und warum machst du das nicht, um einfach deine Reichweite ein bisschen zu erweitern und deine Message so ein bisschen deutschlandweit zu spreaden sozusagen. Und dann habe ich mich wirklich ganz spontan eher aus dem Steg greif und mit gar nicht so viel Absicht beworben. Und ich sage dann immer so, ich sage das natürlich immer so zum Witz, dass ich dann aus Versehen Miss Germany geworden bin, aber es ist tatsächlich nicht etwas, was ich in meinem Leben großartig angestrebt habe oder eine Ambition, die ich für mich selbst immer erfüllen wollte, sondern es war wirklich so das Ding, dass dank dem neuen Konzept ich mich da irgendwie drin wiedergefunden habe. Also war das quasi auch die erste Misswahl, an der du überhaupt jemals teilgenommen hast? Ja, Standard, natürlich. Ja, okay. Ja, ich bin also, ich bin kein, erstens bin ich kein Verfechter von Schönheitsidealen. Das finde ich ein sehr schwieriges Thema, denn alles über einen Kamm zu ziehen, wo es Frauen in jeder Shape, Size und Form gibt sozusagen. Und auch Männer natürlich. Das finde ich schon mal ganz schwierig, auch von der intellektuellen Perspektive her, wie wir Frauen so standardisieren wollen. Und natürlich die gegebenen Schönheitsideale, dieses Konstrukt dahinter, bla bla bla, so müssen wir jetzt nicht. Aber ja, ich, keine Ahnung, ich bin auch ein relativ unkonventioneller Mensch. Und auch wenn sich dann jetzt wahrscheinlich manche am Kopf kratzen und sagen, was ist denn unkonventionell daran, an so einem Wettbewerb teilzunehmen, ist es für mich persönlich tatsächlich ein sehr unkonventioneller Move gewesen. Das klingt für mich auch so. Und ich finde es auf jeden Fall super bereichern. Und für mich ist das Konzept auf jeden Fall oder dieser Wandel auf jeden Fall vollzogen. Also es war für mich völlig nachvollziehbar. Und wenn ich dich so als Persönlichkeit sehe, dann ist da halt einfach, ja habe ich so das Gefühl, da ist noch deutlich mehr, was man auf jeden Fall erfahren möchte. Und da wird eben doch das, ja der Mensch als Ganzes irgendwie mehr in den Vordergrund gestellt. Ja gut, aber die Kritiker oder die Hater gibt es ja nach wie vor, die dann sagen, ja es ist trotzdem eine große, schlanke, blonde Frau mit langen Beinen geworden. Und dazu denke ich mir halt immer, dann wird da irgendwie wieder so dieser Stempel aufgedrückt, dass Frauen sich entscheiden müssen. Entweder sie sind schlau und sie haben Persönlichkeit oder sie sind halt schön, aber dann haben sie auch die Klappe zu halten. Und ich finde, das ist irgendwie so ganz gut in einem vereint. Ich meine, ich model seit, glaube ich, mittlerweile fast 20 Jahren, aber ich habe mich trotzdem akademisch und intellektuell und spirituell und was da alles dazugehört, weitergebildet. Und ich finde, Frauen, ja wir können alles sein. Und selbst wenn du das Gefühl hast, es ist alles irgendwie glatt angekommen, dann haben wir doch auf jeden Fall irgendwas richtig gemacht. Ja, damit muss man ja mal aufräumen. Ich meine, ich habe jetzt ja hier durch meinen Job auch schon genug Model-Damen kennengelernt. Und ja, da haben auch einige von studiert oder sind selbstständig oder was weiß ich. Also insofern, da muss man auf jeden Fall mit den Schemata, mit den Schematas aufräumen. Wir haben auch kürzlich ja bei uns hier eine Modenschau durchgeführt, Laueland, und da haben wir eben auch probiert, ja so ein bisschen das Standard-Model-Bild zu durchbrechen, sondern wir haben eben auch probiert, alle Sizes und ja, also alle Typen auch abzubilden sozusagen und eben nicht dem sozusagen zu verfallen, dass man eben immer nur dieses, ja, eine Bild sozusagen transportiert. Und genau, ich denke, jeder hat auf jeden Fall Persönlichkeit und was Spannendes zu entdecken. Und insofern bin ich halt froh, dass ich das Gefühl habe, dass eben diese Transformation jetzt auch irgendwie ernst gemeint ist. Ja, und eine Wende war halt einfach komplett überfällig, auch in der Repräsentation der Frauen. Also ich meine, wie viele Frauen hast du in deinem Umkreis, die so aussehen wie Models? Das ist halt einfach nicht der Gros. Und das ist total hirnrissig unfair und vor allen Dingen auch total ungesund. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Aber also dein Gewinn, hast du ja schon gesagt, der hat dich sehr, sehr überrascht. Wie war das denn, als die Nachricht auf dich eintrudelte? Dann hat das Telefon die nächsten fünf Tage nicht mehr stillgestanden. Beschreib mal so ein bisschen, wie der Moment war. Ja, ich habe tatsächlich mein Telefon erst mal komplett ignoriert, die ersten Tage. Also in dem Vorlauf auf das Finale waren wir drei Wochen in dem sogenannten Personality Camp. Wir waren zwei Wochen im Europapark in Rust und eine Woche in Ugada in Ägypten. Und da war ich halt die ganze Zeit von meiner Familie getrennt. Und dementsprechend hatte ich dann natürlich auch ganz stark das Bedürfnis in der Zeit danach, also in den ersten Tagen danach, erstens mich komplett abzuschotten und zweitens einfach mich wirklich ganz gezielt mit meiner Familie auf die Couch zu kuscheln und erst mal die Welt, die Außenwelt irgendwie auszuschatten. Und ja, also es war schon relativ überwältigend. Also ich bin am Tag direkt, also die Wahl war an dem Sonntag, nee, an dem Samstag, an dem Sonntag hatte ich dann gleich ein Covershooting und ein paar Interviews und an dem Montag hatte ich in Köln bei, ich glaube, ich war bei Sat.1 zum Frühstücksfernsehen eingeladen und dann hat sich irgendwie rumgesprochen, dass die neue Miss Germany aber auch unter dem neuen Konzept da ist und das Frühstücksfernsehen-Interview lief so gut, dass dann irgendwie NTV dann noch angefragt hat und das ging dann irgendwie immer so weiter und im Endeffekt habe ich, glaube ich, drei oder vier Interviews gemacht, obwohl es nur eins sein sollte. Und das war auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Das war dann, wann war die Wahl genau, war die im Februar? Am 15. Februar. Ja, und das hat mir dann natürlich schon mal so einen kleinen Geschmack gegeben und wenn ich jetzt überlege, wie professionell ich mit den Interviews umgegangen bin im Vergleich zu denen, die ich jetzt führe, da habe ich natürlich schon einen ganzen Happen dazugelernt. Aber da haben wir halt auch viel so Medientraining und so bekommen in dem Camp, aber egal. Ja, also es war auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit, sagen wir mal so. Teils auch ein bisschen überwältigend. Ich bin auch ein extrem privater Mensch eigentlich. Also natürlich, ich bin sehr aktiv auf Instagram, aber ich teile wirklich nur ganz gezielte Aspekte meines Lebens. Also meine Bilder von meinem Kind oder von meinem Partner oder intimere Details von mir wird man auch nie sehen und hören. Und dieser Medienandrang oder dieses Medieninteresse war ursprünglich schon gewöhnungsbedürftig. Aber das hat sich dann ja aller, wenn man jetzt zurückblickt, wie dann sehr schnell abgekühlt dadurch, dass Corona dann kam. Also unter einem völlig anderen Aspekt sicherlich nochmal ein total seltsamer Twist deiner Amtszeit sozusagen. Und beschreib mal, wie sich das dann ausgewirkt hat auf deinem Germany-Amt. Ja, also ich glaube, in erster Linie waren wir alle nur heilfroh, dass wir das Finale überhaupt über die Bühne bringen konnten. Denn das war ja wirklich zwei, drei Wochen danach fing es ja an. Und das war irgendwie schon crazy. Ich habe ganz von Anfang an wirklich schon gesagt, dass meine Prioritäten sich als Mutter und Frau nicht verschieben werden. Und von daher hat mir Corona so weit in die Karten gespielt, dass ich die Aufträge, die ich vielleicht hätte wahrnehmen müssen, vertraglich dann auch eigentlich gar nicht machen konnte. Und dadurch, dass natürlich die Kindergärten auch alle ausgefallen sind, musste ich ja meinen Sohn betreuen. Und es blieb mir gar nichts anderes übrig. Und von daher war es so ein bisschen Glück im Unglück. Und ich hatte ja auch eben erwähnt, ich bin eine relativ private Person. Und das mit der Maskenpflicht hat mir eigentlich auch ganz gut gepasst. Denn ich wurde bis jetzt zweimal erkannt dieses Jahr. Und das finde ich auch gar nicht schlecht. Ich bin immer lieber eher inkognito. Ja, und das hat halt dazu geführt, dass meine Online-Präsenz sich wesentlich weiterentwickelt hat. Und dass ich halt auch viele, wie gesagt, Podcasts und so Online-Panels und so Discussions, Webinars und so mitgemacht habe. Und das macht mir auch wirklich sehr viel Spaß, weil ich das Gefühl habe, es geht in erster Linie darum, was aus meinem Kopf und aus meinem Mund kommt und nicht, wie ich in der Abendgarderobe aussehe. Ich weiß das. Dann bin ich vielleicht nicht bei der richtigen Adresse, wenn ich mich hier drüber... Du merkst, warum kommt das auf beides drauf an. Ja, genau. Obwohl ich tatsächlich eher in der Männerabteilung heute gelandet bin. Siehst du auch zauberhaft drin aus. Alles gut. Dann erzähl mir noch mal ganz kurz, also was ja auch damals so ein bisschen durch die Medien ging, war ja eben, dass du quasi ansässig in Kiel, aber geboren in Namibia. Beschreib mal so ein bisschen deinen Lebensweg bis dahin, wie du an die Förde gekommen bist. Also, witzigerweise, und das wusste ich nicht, bis ich ein halbes Jahr in Kiel schon lebte, wurde mein Großvater als einziger meiner Vorfahren der Generation in Kiel geboren. Und zwar war mein Großvater der Sohn eines Artillerieoffiziers im Ersten Weltkrieg. Und er wurde in Kiel geboren und ist dann mit, ich meine, Anfang 20 nach seinem Landwirtschaftsstudium nach damals Deutsch-Südwestafrika ausgewandert. Meine Großmutter wurde schon Deutsch-Südwestafrika geboren, meine Oma mütterlicher Seite wurde in Tansania geboren und mein Opa mütterlicher Seite auch in Deutsch-Südwestafrika. Also, wir sind schon eine ganze Weile dort. Meine Mutter wurde in Südafrika geboren, mein Vater in Namibia oder damals auch Deutsch-Südwestafrika und so sind wir halt komplett verwurzelt. Allerdings haben wir auch noch einen sehr großen Familienanteil in Deutschland. Also, alle von Hasis, die es auf der Welt gibt, sind miteinander verwandt und wir haben auch den Familienrat, einen ganz großen Familienbaum und wir passen irgendwie alle so zusammen. Und meine Identität als Deutsch-Afrikanerin ist meine primäre Identität. Also, das mit dieser deutschen, ja, der deutschen Leonie, das kam eigentlich erst so ins Spiel, wie gesagt, vor fünf Jahren, als ich erst nach Berlin zog und dann meinen jetzigen Partner schon aus Kapstadt kannte von vor über 15 Jahren und dann haben wir uns wieder gefunden, sagen wir mal so, und dann bin ich zu ihm dann nach Kiel gezogen und hatte mich dann aber auch total gewundert, warum ich denn jetzt zum Teufel in Kiel gelandet bin, was habe ich denn da zu tun? Also, das ist ja so weit weg von meiner Kindheit oder von meinem Empfinden, von dem, was ich brauche, um mich wohlzufühlen, die Wärme und die Sonne und so diese Leichtigkeit der Afrikaner und das Licht. Und Kiel ist ja, die Norddeutschen sind ja, ich meine, das weiß ich ja selber, sind speziell, obwohl ich sie auch unglaublich warmherzig finde und ich mag diese wirklich sehr direkte Art der Norddeutschen und so dieses Trockene, finde ich richtig cool. Und mittlerweile finde ich es aber auch total romantisch und es hat irgendwie alles so, seitdem ich erfahren habe, dass mein Großvater in Kiel geboren wurde, hat es irgendwie alles so klick gemacht und dann habe ich verstanden, warum mein Sohn dann auch in Kiel geboren wurde. Das bildtübt sich. Ja, irgendwie schon. Könntest du dir aber eines Tages auch wieder vorstellen, entweder nach Namibia zurück oder nach Südafrika zurückzugehen? Also ich könnte mir das ungefähr jedes halbe Jahr vorstellen. Ja, natürlich, klar. Also wenn es nach mir gehen würde, würden wir auch die Hälfte des Jahres dort verbringen und die Hälfte des Jahres in Kiel. Aber nicht zu allerletzt, durch Global Warming ist das einfach nicht mehr nachvollziehbar, so viel hin und her zu reisen. Und klar, als Unternehmer muss man sich halt auch mal Gedanken machen, wo dann die Kohle herkommt, wenn man irgendwie ein halbes Jahr aussetzt. Und ich glaube, es wird mich auf jeden Fall früher oder später wieder dorthin verschlagen, aber ich glaube nicht, bevor mein Sohn, keine Ahnung, sein Abitur hat oder was auch immer er macht. Bleibst du uns also noch ein bisschen hier erhalten sozusagen? Glaube ich schon, ja. Jetzt hatten wir dich ja heute hier zu Gast und du hast ja auch noch mal ein paar Brautleiter aus der aktuellen Miss Germany-Kollektion vorgeführt. Du hast deinen Partner gerade erwähnt. Haben da schon die Hochzeitsleuten geläutet oder habt ihr was geplant? Wie ist da der Status quo? Ja, wir hatten tatsächlich einen Termin dieses Jahr und der lag auch schon relativ, also in dem ersten Viertel des Jahres. und ja, dann kam halt Corona und wir haben Freunde und Familie auf der ganzen Welt verstreut und also meine besten Freundinnen leben in New York, Paris und in Parma und in Kapstadt und also die sind wirklich überall. und für mich ist eine Hochzeit, also für mich ist es super wichtig, dass die Menschen, die einem am allerwichtigsten sind, eigentlich diese Zusammenfügung auch begläubigen sozusagen und von daher ist das jetzt erstmal indefinitiv verschoben, weil wer weiß, wann wir alle wieder so unbehütet und fröhlich zusammenkommen können. Ja, kann ich verstehen. Aber ich muss sagen, Entschuldigung, das muss ich jetzt nochmal ganz kurz sagen, das erste Kleid, was ich anhatte, also ich, ne, wie gesagt, man sieht mich ja eigentlich immer nur irgendwie in viel zu großen Männerklamotten sozusagen, das ist ja so sehr mein androgyner Style, aber ich hatte das erste Kleid an und das war so glitzernd, ich hatte noch nie in meinem Leben sowas Glitzerndes an und ich habe mich wunderschön gefühlt und ich habe mich, ich war ein bisschen enttäuscht von mir selber, weil ich auf einmal mich wie eine Prinzessin gefühlt habe und ich fand es wunderschön oder, ne, sagen wir nicht enttäuscht, ich war total überrascht von mir selber. Überrascht, weil du es nicht erwartet hast. Was machst du denn eigentlich, also du hast schon mal erzählt, dass du auch irgendwie als Unternehmerin aktiv bist, wenn du eben nicht als Miss Germany aktiv bist, was ja dann auch irgendwann sozusagen Anfang des nächsten Jahres wieder vorbei sein wird, was ist deine eigentliche Mission? Also von Beruf aus bin ich Autorin und Markenstrategie studiert und englische Literatur und habe viel als Werbetexterin, Journalistin, Strategin, keine Ahnung, Design-Einkäuferin, Creative Director, ich habe schon also die Bandbreite komplett abgedeckt eigentlich und meine größte Mission in meinem Leben ist eigentlich immer, mich in meiner Arbeit kreativ zu verwirklichen oder auch in meinem Alltag, ob das jetzt, keine Ahnung, durch mein Kochen ist oder durch meine Auseinandersetzung mit meinem Sohn oder was auch immer es sein mag und nach der Geburt meines Sohnes war mir sehr wichtig, dass ich die Zeit für ihn auch irgendwie einräumen kann, die er meines Erachtens braucht oder die ich meinem Sohn auch schenken möchte und ich habe schon ganz lange wirklich, also ich habe mit 14, 15 angefangen, Vintage-Klamotten zu sammeln, weil ich so eine ganz, wirklich eine ganz tiefe Liebe für Objekte habe, die eine Geschichte erzählen. Ich kann mich noch daran erinnern, in Namibia die Schränke oder die alten Kommoden oder die alten Leinentischdecken, die noch von meiner Großmutter irgendwie vererbt wurden und das hat für mich immer irgendwie so viel Bedeutung und ja, was ganz Spezielles gehabt und ich glaube, so kam irgendwie meine Liebe zu diesen alten Sachen, für andere Menschen einfach alte Sachen und auch Ramsch. Nein, und dann war nach der Geburt meines Sohnes eigentlich klar, dass ich was machen wollte, wie gesagt, was mich flexibel hält und was wirklich so meine ganzen beruflichen Erfahrungen in eins kombiniert und so ist dann der Leonie-Store ins Leben gerufen worden und dort verkaufe ich Vintage-Klamotten, die nach meinem Geschmack sind und die werden dann alle, also die meisten wandern zum Schneider und ich lasse sie so ein bisschen modernisieren, vielleicht ein bisschen verkürzen oder ein bisschen enger machen oder einen Ärmel ein bisschen hier und da so und dann gehen sie in die professionelle Reinigung und dann fotografiere ich sie auch ganz professionell an mir selbst mit Selbstauslösern. Habe ich schon gesehen, ja. Sehr artig. Ja, gut, aber ich denke mir heutzutage und da denke ich auch, dass ich dem Markt auch schon ein ganz kleines Stückchen voraus war, denn ich meine, selbst auf Zalando werden jetzt mittlerweile Secondhand-Klamotten angeboten. Baratio auch, genau. Genau und ich denke, man muss eine gewisse Professionalität an den Tag bringen, um was für andere Menschen alte Sachen sind, wieder schmackhaft zu machen und wie gesagt, da kam halt meine Erfahrung als Markenstrategin und so weiter und so fort ins Spiel und ja, also es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß, Leider ist es natürlich durch dieses Jahr alles etwas eingeschlafen, weil ich dann doch schon sehr durch die Miss Germany eingespannt bin, aber weil ich halt auch nicht so viele, ich kann ja gerade einfach keine neuen Sachen finden. Das finden keine Märkte statt in der Form. Genau und scouten und ich kann ja auch nicht wirklich ins Ausland oder auch mal nach Amsterdam und so einen Buying-Trip zu machen und ja, aber was sehr spannend ist, ist, dass ich tatsächlich gerade in einer Vintage-inspirierten Capsule-Collection arbeite, die hoffentlich in den nächsten Monaten rauskommt. Achso, für eine andere Brand dann aber? Nee, also für unter meiner Leone-Brand, genau und ich habe da einen sehr spannenden Partner gefunden. Aber das wäre dann Neuware quasi? Es ist Neuware, aber genau, aber nachhaltig produziert und auch aus nachhaltigen Stoffen und quasi wird es so produziert, dass es auf Bestellungen produziert wird. Also erst, wenn wir eine bestimmte Anzahl haben, geht es dann auch in die Bestellung. Also es wird nicht 70 Prozent der Ware, die nicht verkauft ist, vernichtet. Ja, okay, das macht auch Sinn. Ja, da haben wir ja auch schon mal wieder viel über dich erfahren. Das wäre überhaupt auch mal eine Frage von mir. Du hast es jetzt ja schon mal einmal angesprochen, das Thema Female Empowering. Du hast jetzt auch einmal angesprochen, Nachhaltigkeit nicht immer vor und zurück nach Südafrika fliegen sozusagen. Was sind Themen, die dir besonders am Herzen liegen, wo du dich sehr für engagierst? Sind das zwei Themen, wo wir dich auch in Zukunft sehen werden, dass du dich da deutlich positionierst? Oder was sind so deine Herzensangelegenheiten? Ja, also Female Empowerment ist mir schon sehr, sehr wichtig. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Gleichberechtigung, denn ich glaube, es geht nicht so sehr um die Gleichberechtigung, als dass es darum geht, dass Frauen für sich ihre Stimme und ihre Stärken nutzen und sich nicht mit den Männern vergleichen. Denn ich glaube, Mann und Frau sind nicht gleich, wir sind einfach anders. Und das muss beides zelebriert werden und es muss vor allen Dingen auch für beide eine ganz große Wertschätzung bestehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, auch die Reise zu meiner eigenen mentalen Erweiterung oder die meiner Mitmenschen ist mir auch sehr wichtig. Also ich lese extrem viel und ich investiere viel in mein Wesen, sagen wir mal so. Und da versuche ich eigentlich auch immer, so gut wie es geht, irgendwie Feelgood oder erweiternden Content auch auf meinen Plattformen zu teilen. Und ja, klar, Nachhaltigkeit, ich glaube, das sollte kein Buzzword sein, das sollte für uns alle die höchste Priorität sein. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich in meinem Leben total nachhaltig bin und ich bin auch nicht vegan und ich kleide mich, ja, vielleicht 70 Prozent in Second Hand, was ja auch schon mal ein guter Ansatz ist, aber das, wie gesagt, finde ich, sollte für uns alle super wichtig sein. Was sind Themen, die mich noch inspirieren? Also ja, das Familienwesen ist mir super wichtig und Essen. Ich koche super viel und das ist etwas, was ich super, super spannend finde und so ein kleiner, so ein Secret-Wunsch, den ich habe, ist, dass ich auch irgendwann nochmal vielleicht ein Kochbuch rausbringe. Ah, cool. So aus der Küche, so einer gesunden Wohlfühl-Küche, die aus meiner Kindheit in Namibia entspringt. Ah, klingt doch spannend. Ja, schön. Dann habe ich nochmal so ein bisschen abschließend, so ein klein bisschen Schnellfeuer-Pingpong sozusagen. Also den Ball nehmen wir gerne nochmal auf. Wenn ich dich dann besuchen würde in Kiel, was würdest du mir kochen, wenn du mir dein Lieblingsessen servieren wollen würdest? Also Seite 1 in deinem Kochbuch quasi. Uff, wir haben tatsächlich gerade einen Pizzaofen im Garten gebaut und ich würde dir wahrscheinlich einfach eine richtig geile Homemade-Pizza machen, weil man damit immer gut punkten kann und so eine richtig perfekte Wood-Fired-Pizza. Klingt sehr gut. Dann hast du noch von englischer Literaturwissenschaft gesprochen. Welches Buch würdest du mir aktuell empfehlen? Was soll ich unbedingt lesen? Was ist mind-blowing? Ja, also ich habe gerade das neue Buch von Margaret Atwood gelesen, das heißt The Testaments. Margaret Atwood ist ja eine, ja, man kann sie eine postapokalyptische Schriftstellerin nennen, die irgendwie immer so ein bisschen zukunftsorientiert dystopische Welten umschreibt sozusagen. Und die hat, also das ist die Nachfolge oder der zweite Band zu dem Buch The Handmaid's Tale, der wurde, das Buch wurde vor einigen Jahren zu einer Serie verfilmt, die wirklich sehr, sehr, sehr bewegend ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sein Ding ist, aber... Ja, ich liebe auf jeden Fall diese dystopische Netflix-Serie. Wie heißt sie da nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Na, müssen wir gleich einblenden. Ja, aber Margaret Atwood ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Und ich liebe auch Yuval Harari, der ist ja eher ein Philosoph, der quasi in die Zukunft blickt. Also ich habe jetzt so verstanden, das ist irgendwie ein bisschen Belletristik, das ist so ein Zukunftsroman in irgendeiner Form. Ja, 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 genau. Und Murakami finde ich auch immer super toll. Das ist ein japanischer Schriftsteller. Okay, gucke ich mir mal an. Ich weiß jetzt auch, wie die Serie heißt auf Netflix. Die heißt Black Mirror. Black Mirror, ja, genau. Aber dann schau mal. Margaret Atwood. The Handmaid's Tale heißt die, die gibt es auf Hulu. Oder beziehungsweise gibt es auch mittlerweile auf Amazon. Und auf was für ein Konzert würdest du mich mitschleifen? Bruce Springsteen? Okay, ja. The Boss? Ja, steht vor der Tür und wartet, dass sie rauskommen, Freitagabend. Leonie, jetzt hast du uns auch noch erzählt, dass du im Sommer einige Podcasts besucht hast als Gast. Hast du da auch eine Empfehlung für uns? Was ist der absolute Must-Here-Podcast? Also den Endlich-Um-Podcast, den finde ich super spannend. Auch sehr relevant und sehr aus dem Leben gegriffen. Und alle Themen, ja, Gründertum und, ja, sich in der deutschen Digitalszene irgendwie zu selbst verwirklichen, finde ich den Baby-God-Business sehr spannend. Ja, hören wir auch mal rein. Ich bin so ein OMR und betreutes Fühlen-Hörer, aber ich erweite auch gerne meinen Horizont. Ich höre viele englische Podcasts tatsächlich auch. Das gibt mir auch sehr viel. Und so die TED-Daily-Talks und so, finde ich auch immer super spannend. Also immer so kleine, und natürlich Blinkist. Also Blinkist ist ja... Liebe ich auch. Ja, liebe Leonie, also vielen Dank auf jeden Fall für die tollen Empfehlungen, die werde ich alle mal peu à peu mir ins Visier nehmen. Wie gesagt, wenn die Zeit es zulässt, neben Job und Kind. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Besuch. Sehr inspirierend. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute für deinen Weg. Toll, dass du bei uns warst. Und ja, wenn bloß Blinkist nach Kiel kommt, sehe ich uns da in der ersten Reihe. Ja, oder wenn ich irgendwann mal heirate, dann... Ja, dann freue ich mich auf deinem Comeback. Weiß ich ja, welches Glitzerkleid ich mir aussuche. Und wenn ich irgendwann mal Männer-Sackos tragen möchte, dann komme ich auch zu dir. Genau, komm mal zu mir. Alles klar, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich. Tschüss. Das war Hot Stoff, der Laue Talk.